Donna lebt von anderen. Schon mehrere hundert Jahre. Sie ist verbrannt worden vor langer Zeit. Und sie konnte nicht gehen. Ihre Seele hat sich in dieser Alta hin verloren. Sie hat sie für ihre schändliche Tat verflüchtet. Wer sie? Sie? Die Keile? Nachdem sie das Dorf auf dem Scheiterhaufen verflüchtet hat, und die Einwohner mit der Angst zu bekommen, die Dorf bewohnen, wenn sie die Ehe begraben, wie neu unter uns. Wenn wir zu tief graben, dann machen wir sie nur mit Anträglichen. Dann machen wir sie nur mit Anträglichen. Dann machen wir sie nicht, oder die Liedern mit einer Gäste. Dann machen wir sie nicht. Dann machen wir sie nicht. Dann machen wir sie nicht. Das war die Vorbereitung.